Ich bin Sabine Götz. Ich bin Michaela Hirschfeld von Lumichat Schmuck Macht in Bayern. Lumichat heißt im übertragenen Sinne die Versüßung des Alltags. Wir haben hier unsere Trachtenkollektion, seine Auswahl an echten Süßwasserperlen, echten Geweihanhängern in zarten Farben von Weiß, Rosé, Silber, Pastellig. An dem Tisch finden wir unsere Standardkollektion in den 14 verschiedenen Farben. Wir haben die Farben von Gelb bis Schwarz, das ist alles vertreten. Wir verwenden echte Süßwasserperlen, Halbedelsteine, Glasschliffperlen mit versilberten Anhängern. Wir haben handgefasste Geweih, die wir verwenden. Und so ist mit Sicherheit für jedes Dirndl die passende Kette dabei. Hier sieht man nochmal die komplette Vielfalt von den 14 Farben. Angefangen mit den Filzwickelarmbändern mit Magnetverschluss. Hier gibt es das Dreier-Armbandset mit schönen Süßwasserperlen, Halbedelsteine und Glasschliff. Lederbänder haben wir eben auch von Orange bis Schwarz. Und hier sieht man noch unsere Seitenwickelarmbänder aus echter Wildseite mit Satarband veredelt.